Krumme Dinger beim ZDF, Mauscheleien, Parteiendiktatur, das sagt jetzt sogar Günther Jauch. 34 Jahre lang diese Menschensendung gemacht, jedes Jahr immer damals eine große Nummer. Und das ersten 10 Reihen waren immer voll mit Rundfunkreden, deren Gattinnen, höhere Hierarchen. Und unmittelbar nach Ende der Sendung wurde Kurt Beck hinterbracht, dass er in der dreistündigen Sendung 6 Mal im Bild war. Und der Oppositionsführer von der CDU, Johannes Gerster, der sei 11 Mal im Bild gewesen. Und das würde ein Nachspiel haben. Dann kam ein aufgeregter ZDF-Programmdirektor, wir haben große Probleme, wir haben große Probleme, Herr Jauch. Und tatsächlich fand ein Deal statt danach zwischen Intendant des ZDF und Kurt Beck, dass er sich drei Themen für die Heute-Sendung aussuchen durfte, um da wieder entsprechend einen Ausgleich zu bekommen. Krass, oder? Zu krass? Jauch hat das Video jedenfalls löschen lassen auf dem Kanal. Er wolle sich nicht instrumentalisieren lassen gegen die armen GEZ-Medien. Herrn Jauch wünschen wir jedenfalls eine gute Auffrischungsimpfung.